In diesem Video geht es um einen Objektiv-Test. Das Objektiv, das ich testen darf, ist relativ neu auf dem Markt und wurde speziell entwickelt für den Sony E-Mount und hier exklusiv für Sony Kameras mit APS-C-Sensor. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Gregor, ich bin Ende 40 und mein Hobby ist die Videografie und die Fotografie, wobei ich persönlich meinen Schwerpunkt im Moment sehe bei 70% Fotografie, 30% beim Videofilmen. Und hier habe ich das Objektiv. Es handelt sich um ein Objektiv der Firma Tamron, das 17-70 mm mit einer maximalen Lichtstärke von f2.8. Die genaue Bezeichnung des Objektivs lautet Di3 AVC-RXD. Das Di3 steht bei Tamron für die Produktlinie von Objektiven für spiegellose Systemkameras. Der Strich A hinten dran bedeutet, es ist für APS-C-Sensorkameras. VC bedeutet, wir haben einen elektronischen Bildstabilisator mit an Bord. Vibration Compensation und RXD bezeichnet die Verstellung des Autofokus. Im Objektiv, in diesem Falle, handelt es sich um einen sehr leisen Schrittmotor. Brennweitenbereich habe ich schon gesagt. Wir sind bei 17-70 mm. Das Objektiv hat einen Tubus, der leicht ausfährt. Hier sind wir bei 70 mm. Hier sind wir bei 17 mm. Wir haben, wer die Produktlinie von Tamron kennt, für die Vollformat-Kameras von Sony, keinerlei Schalter am Objektiv, auch keinen Lockschalter. Brauchen wir, wie man sieht, hier auch nicht. Hat sich nichts verstellt. Wir haben ein Gewicht des Objektivs alleine, ohne die Sonnenblende, von 525 g. Mit der Gegenlichtblende kommen wir auf 550 g. Und wie bei anderen Tamron-Objektiven, haben wir auch hier einen Schraubfilter, ein Filtergewinde von 67 mm. Anschlussseitig kann man noch zeigen, wir haben ein Metall-Bajonett mit einem kleinen Dichtring aus Gummi. So wird das Objektiv etwas wettergeschützt an den Sony APS-C Kameras. Ja, es ist ein schönes Objektiv. Von der Verarbeitung ist natürlich viel Plastik, aber dadurch kommen wir mit dem Gewicht runter. Es fühlt sich nie zu keiner Zeit irgendwie billig an und macht mit meiner Kamera, die A6400, die mich gerade filmt, eine gute Figur sozusagen. Beim Fotografieren halte ich das Objektiv so und schaue durch die Kamera durch, denn sonst wäre es ein bisschen frontlastig. Also man merkt schon die 525 g bzw. die 550 g, vor allem wenn der Tubus ausgefahren ist. Ein kurzer Vlog-Test mit dem Tamron 17 bis 70 mm frei aus der Hand, ohne Selfie-Stick, ohne Ähnliches. Die Kamera, das Objektiv ist eingeschaltet, der Bildstabilisator. Ich habe die Kamera in der Hand und bin jetzt bei 17 mm und laufe ganz normal. Macht euch ein Bild davon, von der Leistung des Bildstabilisators im Objektiv. Dies ist ein kleiner AF-Test im Videomodus bei Blende 2.8 mit verschiedenen Brennweiten. Zurück im Homeoffice nach knapp 400 Bildern mit dem Tamron Objektiv 17 bis 70 mm Blende 2.8. Durchgängig. Ich finde ein Top-Objektiv. Kommen wir ein bisschen detaillierter dazu. Der Bildstabilisator im Fotomodus, das muss ich ablesen, da habe ich ein paar Tests gemacht. Bei 17 mm kam ich auf eine maximale Belichtungszeit von einer Drittel Sekunde. Bei 24 mm konnte ich eine Viertel Sekunde noch frei aus der Hand halten. Bei 35 mm eine Sechstel Sekunde. Bei 50 mm eine Fünfzehntel Sekunde. Und bei 70 mm frei aus der Hand konnte ich immer noch eine Dreißigstel Sekunde frei halten. Finde ich top Werte. Nächstes Thema, Abbildungsqualität. Ich persönlich kenne kein Objektiv, das eine variable Brennweite hat, das frei ist von chromatischen Aberrationen, frei von Verzerrungen und immer eine optimale Bildschärfe vom Rand bis zur Bildmitte bietet. Macht das Tamron auch nicht, ist aber nicht schlimm, ist alles in Maßen. Chromatische Aberrationen hatte ich drin in allen Brennweitenbereichen bei Blende 2.8. Sobald ich etwas abgeblendet habe, wurde es besser. Verzeichnungen des Objektivs habe ich zwei festgestellt. Im Bereich 17 mm bis 24 mm, also im klassischen Weitwinkelbereich, hatte ich dann auch die Verzeichnung drin. Die war tonnenförmig. Je weitwinkeliger, also Richtung 17, war es mehr tonnenförmig als Richtung 24. Von 24, 30 mm bis 70 mm dreht sich die Verzeichnung um und die Bilder wurden kissenförmig verzeichnet. Hier geht es ganz klar in Richtung 70, in Richtung leichtes Tele, da waren sie mehr verzeichnet als bei 30 mm. Für beides chromatische Aberrationen und Verzeichnungskorrektur bzw. Verzeichnung gilt aber in der Nachbearbeitung, in dem Bildbearbeitungsprogramm, was ihr benutzt, sollte es kein Problem sein. Sollte es irgendwo ein Menü geben, wo ihr anwählen könnt, dass diese zwei Werte rausgerechnet werden. Kommen wir zur Abbildungsleistung. Abbildungsleistung sieht auch ein bisschen unterschiedlich aus. Von 17 bis ungefähr der Mitte der Brennweite 35, 40 mm ist die Mitte bei f2.8 scharf. Zum Rand hin haben wir schärfe Abfall. Ist aber nicht tragisch für Social Media auf keinen Fall. Und selbst hier bei mir im 4K-Monitor und drüben im großen 4K-Bildschirm konnte ich in meinen Bildern keine Randunschärfe erkennen. Wenn ich hier hingehe, ich habe hier das Testchart, habe hier auch Bilder gemacht, hole es mir auf den Monitor und vergrößere es auf 200%, kann man die Unschärfe erkennen, dass die Ränder zu den Rändern hin, die Bildschärfe abfällt. Im zweiten Brennweitenbereich von 35, 40 mm bis 70 mm ist der Unterschied zur Bildmitte von der Schärfe her nicht mehr so groß. Also auch besser als im unteren Drittel oder in der unteren Hälfte des Brennweitenbereiches. Wir gewinnen hier etwas Kontrast. Da musste ich ein paar Mal hinschauen, um zu sehen, was hat sich da verändert, was ich abblende. Wir haben etwas mehr Kontrast an den Rändern drin. Dadurch wirkt es auch gleich ein bisschen schärfer, zumindest für meine Augen. Focus Breathing. Focus Breathing konnte ich selbst nicht feststellen, weder im Foto noch im Videobereich. Also von der maximalen Unschärfe hin zum scharfen Bild einzustellen, hat sich meiner Meinung nach der Brennweitenbereich des Objektivs nicht verändert. Sonnensterne kann man mit dem Objektiv auch schön machen. Wir haben 9 Blendenlamellen, das heißt 9x2, 18 Sonnenstrahlen. Müssten sich zeigen, hat sich auch gezeigt. Das Objektiv ist allerdings nicht frei von Lensflares. Es produziert Lensflares eine jede Menge. Je mehr ihr abblendet, desto größere Sonnenstrahlen, desto längere Sonnenstrahlen habt ihr drin, desto mehr Lensflair bekommt ihr auch. Müsst ihr schauen nach dem Bild, was ihr macht, wie die Komposition des Bildes aussieht. Und eventuell euren Standpunkt ein bisschen ändern, dass ihr trotzdem schönen Sonnenstrahlen drin habt, aber die Lensflares ein bisschen zum Bild passen, indem sie zum Beispiel in der Natur verschwinden oder so. Abbildungsmaßstab haben wir hier im Weitwinkelbereich bei 17 mm einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 4, irgendwas. Bei 70 mm einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 5, irgendwas. Also für Makro bzw. Pseudomakro nicht geeignet. Okay, da wir eine große Lichtstärke haben von f2.8, viel Licht hereinkommt, könnt ihr mit diesem Objektiv auch Porträts machen. Haben wir auch mal eine kleine Porträtserie fotografiert von mir. Ich persönlich würde das Objektiv allerdings nur für Headshots und maximal Halbporträt nehmen. So haben wir immer noch eine schöne annehmbare Unschärfe im Hintergrund. Bei Ganzkörperporträts, ich bin etwas mehr als 1,80 groß, war jetzt bei mir keine besondere Unschärfe noch zu sehen. Also würde ich persönlich nicht nehmen. Bokeh-Formen, die sind rund, wenn man reinzoomt, auch wieder sich das im Detail ansieht. Und wir haben einen Zwiebelring-Look. Darüber lässt sich streiten. Es ist nun mal so, kriegt ihr auch nicht weg. Sie sind rund, aber es sind Zwiebelringe. Der Autofokus ist schnell und treffsicher. Ich würde mal sagen, bei 400 Bildern, ich hatte 10, 11, 12 Fehlfokus dabei, wo der Fokus komplett durchgefahren ist und konnte nichts finden. Und 2, 3, 4 Mal hat er sich auch so, ja, keine Gedenkminuten, eine Gedenksekunde gegönnt, bis er scharf gestellt hat. Fällt nicht weiter ins Gewicht, also 400 Bilder, 10, 12 Mal Fehlfokus gehabt, das wäre nach Adam Riese knapp 3%. Also zu 97% sitzt der Fokus und er ist auch schnell genug. Top, Daumen nach oben. So, nun bin ich mit meinem kleinen Fazit am Ende und hoffe, dass ich dem einen oder anderen von euch vielleicht noch nützliche oder neue Informationen geben konnte. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen an dieser Stelle. Nun bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, bleibt gesund, euer Gregor. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder einschaltet zu einem meiner Videos. Auf Wiedersehen.